Wir haben ja alle Fernseher. Habt ihr ja alle Fernseher? Nein? 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 Ich kann mich erinnern, wie ein Bub war, ich bin noch immer im Bub, aber älter. Und damals hatten sie gegen FS1, FS2, wer es kennt. Ein Bruder, ich habe Kabelfernsehen gehabt. Wir nicht, wir hatten FS1 und FS2. Um 18. natürlich mit dem Alf. Ich kann mich erinnern. Und es ist mehr geworden und irgendwann einmal bin ich da auch reingekommen, dass wir Kabelfernsehen gehabt haben. Wie heißt das da in Wien? Wo das Cello ist? UPC? Ja, UPC, genau. Und da waren dann 40 Kanäle gehabt. Oder 38 oder so. Und irgendwie laufen wir umso mehr Kanäle, umso weniger, wenn wir es auch schon kennen. War einfach nichts mehr. Früher, wie nach einem Bub war, da hat sogar gespielt, Filme im Fernsehen. Heute sind ja eher mehr so Serien, oder so Reality-TV, wo man die meisten Leute ja kennt, dass der Nachbar schafft. Nicht persönlich, aber so ähnliche. Das habe ich erlebt, schön mit einem lieben Freund. Der Fernseher spielt alles Sticke. Er ist digital. flach als wir ein Hemmbrot, wie es Bühne ist und wie mal. Kein Grillers und Rund, kein Glocken, ganz egal, was es gut spielt. Ob's Rennen und Diskutieren, ob's sich anschaut, wie wild. Ja, ich hab 110, 60 mehr als wir ein Laufender von Samen, 118 Scheiße, und mehr als was man traut. Egal wo ich grad im Samen, mir geht das Gilt der Haft, der Tiefstand ist erreicht, und jetzt fährst du langsam dran. Weil, ja, Tele und auch TV, ja, da kommt's schau'n sich trocken an. Da mit innen, Stern-TV, wir leben mit dem Gemeindepaar, wir schauen uns das so gerne an, weil andere sind schlechter dran. Wenn's uns jetzt noch besser geht, ist trotz mit längst zu spät. Aufs Fernseher, auf heute wird drauf, und im Drama geht's mein Radio auf. Zig Frequenzen sind gesetzt, und der eine übereinander tritt. Programm bleibt trotz mit Plan, jetzt schon, da schweift die Tür uns alle schon. So fahrt es ist, so kostet nicht mehr, und die Spitzersache, wenn du schweigst. Atele, Wien, und gar nicht hin, oder süß, das so verschiebt. Radio Wien, und B3, Musik, sind das dann auch dabei. Wir spielen nur das, was wir wollen, der Steuern soll, da wird schon zockt. Und es wär viel nicht so rennt, ist die Werbung, wir uns nicht mehr rennt. Mörtel, Heinzel, und die Karlich, neben oben, schweib ich Arlich. Wir wollen schon die Kur gewählt, wenn es so viel schwachs wird sind. Radio bringt mich auch nicht weiter, Internet macht mich nicht gescheuert. Und hier, bis uns dort geht, bei dem, ich bin weiter, wo wir uns jetzt noch ein bisschen wegkrieg machen.